Hallo, Hannes. So eine Sendung allein machen? Buh. Das stelle ich mir echt schwer vor. Ich meine, was machst du denn bei Witze über Klopapier? Die sind alle erzählt. Ja, vielleicht für deine Zuschauer, wenn ein Tennisschläger in der Nähe ist, dann kann man nämlich Lehrstornier üben. Also ich fange jetzt mal an mit der Bekannt. Bekannt. Einmal. Zweimal. Dann wichtig auch, Vorhand ausholen. Ja, also Faustregel, Leerschwinge, immer weg vom TV-Gerät. Schöner Übergang jetzt, immer weg von den Leuten, mindestens zwei Meter. Das wisst ihr eh alle. Und ja, schöne Sendung noch. Ja, genau. Ja, genau.